Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag und die IHK Karlsruhe als Federführer Energie hatten beim KIT das Energiegutachten in Auftrag gegeben. Zentrale Themen waren dabei die Preisentwicklung, die Versorgungssicherheit und die Energieeffizienz. Damit das Energieversorgungssystem weiterläuft, wenn alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, muss noch einiges getan werden. Selbst wenn wir alle Dinge, die die erneuerbaren Energien betreffen, also Solaris- und Windkraftwerke, installieren würden, dann fehlen halt immer noch 70 Prozent an Energie, maximal 40 bis 50 Prozent kann man mit fossilen Kraftwerken decken, dann reden wir über 15 bis 20 Prozent Stromimport. Um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird sich laut KIT-Vizepräsident Dr. Peter Fritz die Energiewirtschaft gravierend verändern. Und zwar von einer zentralen zu einer dezentralen Stromversorgung. Zudem müsse man sich mit einer deutlichen Preiserhöhung anfreunden. Das Gutachten prognostiziert einen 70-prozentigen Anstieg der Großhandelspreise bis im Jahr 2025. Wir müssen uns im Grunde, wenn wir die Erneuerbaren anwenden wollen, die nur fluktuierend Strom ins Gesamtsystem einspeisen, ein zweites redundantes System, was wir heute haben, weiterhin leisten. Dieses System wird allerdings nur noch begrenzte Zeit im Jahr im Betrieb sein und entsprechend spezifisch hohe Kosten verursachen. Um die Energiewende umzusetzen, werden innovative Firmen benötigt, die die neuen Technologien entweder noch entwickeln oder produzieren. Wir sind prädestiniert dafür. Wir haben eine große mittelständische Firmenstruktur hier in der Region. Wir haben das KIT, wir haben Fraunhofer-Institute, wir haben die technischen Hochschulen, NBW, viele Forschungseinrichtungen. Und ich glaube, wir sollten einfach die Finanzströme weg von der Subventionierung der Solardächer nach China umlenken in eine Forschung, eine Unterstützung von Modellversuchen zu mehr Energieeffizienz hier in der Region. Bei der Energietagung mit rund 300 Gästen war auch Umweltminister Franz Untersteller zu Gast. Er sagte dabei zu, die Studie genauer zu prüfen. Das war die Studie genauer, die Studie genauer zu haben.